Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Epoxidharzzeit und ich traue mich jetzt an etwas ran, was ich schon ganz lange vor mich herschiebe, nämlich ein Tablett zu machen in mehr Optik mit Wellen, mit diesem schönen, wie man es glaube ich schon öfters mal bei jemandem gesehen hat und ich habe mich bisher immer nicht dran getraut, weil ich immer dachte, nein, nein, nein und habe es jetzt letztens bei einer anderen YouTuberin gesehen, bei der Kalli Kessi und sie hat sich daran getraut und dementsprechend dachte ich, los komm, das kann ich jetzt auch und dementsprechend also heute, ich habe mir so ein Bambustablett geholt und weil ich das ganz schön finde, außerdem mag ich die Optik halt sehr sehr gerne und ist aber immer Geschmackssache, man kann auch ein normales Tablett nehmen, ich fand es jetzt ganz gut, weil ich dadurch das Ganze nicht wirklich rauslaufen kann und dann habe ich vier so eine kleinen Becherchen gemacht mit, damit ich dann vier so eine unterschiedlichen Blautöne habe, also das Ganze dadurch so ein bisschen Leben reinkommt und nicht alles so gleich aussieht, auch wenn es jetzt zu Anfang erstmal so wirkt, aber ich kann euch vorwegnehmen, ich mag das Ergebnis sehr und ich glaube, es lohnt sich da auch dran zu bleiben und genau, ich habe also so ein bisschen versucht, so ein bisschen die Abstufung von den dunklen Blautönen zu den helleren hin und ich glaube, dass die Farbtöne ganz gut dazu gepasst haben jetzt auch und genau, habt eben dementsprechend diese ganzen so ein bisschen angemischt jetzt, damit, also das Tablett selber ist nicht extrem groß, aber ich glaube, das hat ganz gut so zusammengepasst und ich habe das ganze Video so ein bisschen schneller gemacht überall, weil ich erstens aber auch nichts rausschneiden wollte, euch aber eben halt trotzdem nicht ein Stundenvideo irgendwie zeigen wollte, außer ihr sagt irgendwann, ey, so eine kurzen Videos wollen wir nicht, bitte gib uns mehr, mache ich. Dann kriegt ihr auch mal ein ganz langes Video und aber ansonsten halt eben versuche ich es immer so, also wirklich ganz selten, über 20 Minuten ist aber dann wirklich schon ganz selten. Ich habe die kleinen Becherchen auch dann wirklich immer schon so ein bisschen stehen gelassen, damit auch die kleinen Bläschen so ein bisschen hochsteigen und die Luftblasen dann eben nicht explizit dann halt dann da eben drin sind. Die sind manchmal gar nicht so einfach wieder rauszubekommen und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, dann lasse ich die kleinen Bläschen da noch ein bisschen stehen und genau und hier seht ihr jetzt das schöne Tablett. Wie gesagt, es ist nicht extrem groß, aber ich finde es komplett ausreichend zum Ausprobieren, zum gucken, wie funktioniert es. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ich würde es gerne nochmal machen mit einem größeren und muss da halt nochmal ein bisschen schauen. Und genau, ich habe dann das Ganze wirklich mit den Farben so reingegossen. Wie gesagt, ich habe euch da komplett mitgenommen, ich habe nichts rausgeschnitten. Wie gesagt, mir ist es wichtig, ich glaube, dass das halt auch immer schön ist, wenn man wirklich nicht einfach nur das gezeigt bekommt, sondern eben halt auch ungefähr sieht, wie wird es wirklich gemacht, ohne dass was rausgeschnitten wird. Ist aber eine persönliche Meinung, manche brauchen das nicht. Ich brauche es teilweise schon, weil bei manchen Videos, wenn ich es bei anderen sehe, denke ich mir, okay, was war dazwischen jetzt? War da was Wichtiges, was vielleicht wirklich als wichtige Info ist? Zum Beispiel habe ich vereinzelt nicht gesehen, wird es jetzt nochmal ausgehärtet oder nicht? Also, oder zumindest noch mehr ausgehärtet. Und das kann ich euch zum Beispiel sagen, ich habe circa 10 Minuten, 15 Minuten das Ganze stehen lassen, bevor ich dann weitergemacht habe. Also ich habe das Ganze jetzt erstmal hier hingegossen, habe die ganzen Farben aneinandergereiht und dann eben einen Moment stehen lassen, einfach damit das Ganze zur Ruhe findet, die Luftblasen rausgehen und allem drum und dran. Und dann habe ich erst weitergemacht. Ich hatte erst überlegt, ob ich es eine ganze Stunde stehen lasse, aber habe mich dann dagegen entschieden. Und weil ich eben nicht genau gefunden habe, wie man es jetzt am schönsten macht. Man könnte es jetzt wahrscheinlich auch stehen lassen, zum Großteil aushärten lassen und dann erst die Wellen da drauf machen. Aber wie gesagt, ich probiere mich ja noch aus. Das ist wirklich mein aller, 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 aller erstes Mal. Und genau, und habe dann auch so ein bisschen die Blautöne auch versucht, so ein bisschen zumindest zu, ja, wie sagt man es, zu vermischen. Also wobei vermischen halt auch schon echt zu viel gesagt ist. Ich habe es wirklich nur versucht, eine Überblendung zu machen und dann war das auch für mich vollkommen in Ordnung. Bin auch mit Absicht immer auch wieder nicht mit dem, habe das Stäbchen jetzt nicht extra abgewischt, weil ich einfach der Meinung bin, das ist auch vollkommen okay, wenn diese Farbtöne eben auch irgendwo weiter hinten nochmal auftauchen oder weiter vorne, weil das Wasser ist ja nicht immer gleich tief. Es gibt ja auch Sachen, wo zwischendrin das Ganze tatsächlich ein bisschen flacher wird, das Ganze. Und also dadurch war für mich das dann vollkommen in Ordnung. Und das hat übrigens mega viel Spaß gemacht. Also dieses Ganze miteinander verdüdeln und zu schauen. Hier ist übrigens am Rand so ein bisschen immer drüber durch meinen Schwung, den ich so hatte. Und das habe ich später mit dem Zebra nochmal weggemacht. Habe ich euch jetzt auch drinnen gelassen. Wäre jetzt, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Aber ich glaube, das setzt man, glaube ich, so ein bisschen voraus, dass man das wegmacht, weil wenn es ausgeärtet ist, geht es relativ schwierig, dass man es dann wieder wegbekommt. Also habe ich es wirklich gleich weggewischt und das hat sich dann auch wirklich ganz gut gemacht. Und es ist jetzt auch so nicht mehr so zu sehen. Während ich jetzt hier noch so vor mich hin warte und mische, wollte ich nochmal sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch vielleicht gefällt, was euch nicht gefällt. Der Ton macht die Musik übrigens. Ich hatte es ja schon mehrmals angekündigt, dass ich im Zweifel Kommentare lösche. Hier ist mir übrigens ein Haar reingefallen und deswegen sieht das jetzt so aus. Aber schreibt mir gerne rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ich vielleicht auch gerne für euch mal ausprobieren soll. Ich hatte immer wieder mal Kommentare drunter, wo dann eben stand, Mensch, geht das vielleicht auch so und so. Und das habe ich dann eben auch mal ausprobiert. Und freue mich dann natürlich auch über solche Anregungen, dass ich da halt mich so ein bisschen austoben kann. Und genau, ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über ein Abo. Und mein innerer Monk hatte sich letztens gefreut. Wir waren dann bei 747 Abonnenten. Ich freue mich immer über so eine Zahlenspielereien und ist dann immer sehr, sehr nett. So, hier bin ich jetzt beim nächsten. Hier habe ich übrigens zu Anfang vergessen, das Licht wieder anzumachen. Aber es ist dann wieder da. Und hier ist mir so ein bisschen das Ganze passiert, dass mir das so ein bisschen schräg gelaufen ist. Ich kann es mir nicht erklären, weil der Tisch ist ja eigentlich gerade. Aber gut, es sollte dann so sein. Und ich finde, das macht einen besonderen Effekt aus. Also damit finde ich, glaube ich, sieht es trotzdem sehr schön aus. Dann habe ich so ein bisschen mit den Stäbchen immer so ein bisschen rauf gemacht. Mal wieder mehr mit Schwung manchmal, sodass halt auch da wieder am Rand was ist. Und dann habe ich meine Heißluftföhn, den kleinen. Und ich finde, der hat sich gut gemacht. Ich habe zu Anfang erst gedacht, oh, vielleicht habe ich mir doch den falschen geholt. Aber ich muss sagen, der hat sich mega gemacht. Und dann bin ich wirklich das sehr nah immer dran vorbei. Natürlich nicht eintrunken, logischerweise. Aber dort halt dann eben immer so ein bisschen nah dran und die Wellen halt gemacht, damit sich das Ganze gut vermischt, das Weiße. Und das finde ich Tatsache unglaublich schön. Und es war ein bisschen tricky, weil man so ein bisschen gucken musste, was macht man. Dann ist mir vielleicht mal ein Weiß reingeplumpst. Und da gibt es bestimmt schönere Techniken, um das Ganze dann so schön zu machen. Und gerade im hinteren dunklen Bereich ist mir später noch was passiert, wo ich wirklich zu kämpfen hatte, das Ganze richtig zu machen. Aber so zwischendrin dachte ich immer, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Habe wirklich ganz viel immer geschaut, dass ich nicht so viel Weißgleich auf einmal gemacht habe, sondern wirklich nach und nach und immer wieder mit dem Heißluftföhn da drüber gegangen bin. Also es hat sich wirklich gelohnt, das Ganze auszuprobieren. Hier seht ihr schon, da kommt der eine weiße Fleck. Wobei ich finde, da sind ja so eine Zellen dann entstanden an diesem weißen Fleck, den ich wirklich, wirklich schön finde, aber an der falschen Stelle. Aber wie gesagt, es war dann auch vollkommen in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Und ich würde es gerne jetzt nochmal, ich habe ja so ein bisschen Warnemünder Sandstrand, nee, Warnemünder Sand vom Strand, so, bei mir noch zu Hause liegen. Und den würde ich gerne mal so ein bisschen damit ausprobieren wollen, ob damit vielleicht auch ein wunderschöner Effekt passiert, damit der Strand da nochmal ein bisschen besser zur Geltung kommt. Und das hatte ich ja hier jetzt mehr mit dem Bambustablett ausprobiert, dass dort dann halt das Ganze als Strand drüber kommt, das Brettchen oder Tablett. Und ja, aber wie gesagt, ich liebe es, ich mag das Ergebnis sehr. Ich zeige euch logischerweise gleich noch den Rest. Und es ist halt wirklich ganz viel kleinteilige Arbeit jetzt gewesen. Und wie gesagt, ich habe es jetzt alles immer ein bisschen schneller halt auch gemacht, damit es für euch jetzt nicht langweilig wird und dementsprechend dort dann halt so ein bisschen Bewegung halt trotzdem mit drin ist und ihr aber eben auch seht, was da passiert. Ich arbeite übrigens in letzter Zeit, also vielleicht nochmal so ein paar Basics zur Info beim Epoxidharz. Also bitte immer darauf achten, dass ihr euch schützt, dass ihr eine Maske tragt, dass ihr Handschuhe tragt. Ganz wichtig. Die Fenster sollten gut gelüftet sein. Ihr solltet in einem Raum arbeiten, wo ihr sonst nicht wirklich rein müsst, damit das Ganze gut aushärten kann, weil dieses Epoxidharz macht eine chemische Reaktion. Und dadurch passiert dann eben, dass man da gut auf sich aufpassen sollte. Man sollte sich immer gut die Anleitung durchlesen von dem Miva in Epoxidharz. Ich selber arbeite ja mit dem Resin-Vordekor. Damit arbeite ich von Anfang an. Es gab bisher noch kein anderes in meinem Leben. Und das war für mich auch bisher noch nie eine Option, da jetzt zu wechseln. Ich hatte von Resin-Vordekor mal ein etwas dickflüssigeres, womit ich aber sehr zu tun hatte. Ich habe jetzt übrigens beim Aufräumen, habe ich einfach mal laufen lassen. Und damit ihr ungefähr seht, verändert sich noch was in dem Epoxidharz oder nicht. Ja, aber genau, ich mag das Dickflüssige nicht. Das liegt aber so ein bisschen an meiner Kraft in den Händen. Und das ist immer relativ schwer. Und also jetzt einfach, weil ich wenig Kraft in den Händen habe. Das hatte ich aber noch nie. Ich glaube, jeder kennt denjenigen, der im Sportunterricht den Ball wirft und eigentlich direkt vor den Füßen wieder landet. So ungefähr ist meine Kraft in den Händen und in den Armen. Und habe ich auch im Fitnessstudio gehabt, dass ich dort einfach keine Kraft habe. In den Beinen ist das anders, aber ja, die Hände leider nicht. Deswegen war das dickflüssige Harz für mich halt immer sehr, sehr schwer zu handeln. Ich nehme gerne das dünnflüssige, weil ich das wirklich auch sehr angenehm finde. Sehr schöne Effekte auch mitmacht. Andere schwirren mehr auf dem Mastercast. Wobei ich da manchmal, und das sage ich jetzt ohne irgendwie das Böse zu meinen, manchmal glaube ich auch denke, dass das halt so hoch gehypt wird, weil eben die Kooperation dafür existiert. Vielleicht ist das auch wirklich besser. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass halt ganz oft bei den Kooperationen dann das Ganze so ein bisschen gehypter wird, als wenn es jetzt ein normaler macht. Aber ich werde es bestimmt irgendwann mal ausprobieren, weil mir da eine eigene Meinung bilden über Mastercast, Ultracast und wie sie alle heißen. Ich habe sie auch bei mir auf dem Wunschzettel, damit ich einfach mal auch ein genaueres, da würde ich dann wirklich auch Vergleichsvideos zu machen, damit ich halt zeigen kann, gibt es da Unterschiede, gibt es dort keine Unterschiede. Und da gibt es eben auch bei den ganzen Epoxidharzen eben wirklich auch die Viskosität ist einfach unterschiedlich. Auch das Mischverhältnis ist unterschiedlich. Also gerade was dann so beim Resin-Vordekor mische ich 1 zu 1, bei anderen ist es 1 zu 3 oder wie auch immer. Und ich mag es aber halt Tatsache für mich einfach 1 zu 1. Finde ich super, brauche ich mir keine Gedanken drüber machen. Und am besten nach Gewicht und nicht nach Volumen. Und aber auch da ist relativ entspannt. Also wer sich so ein bisschen damit auseinandersetzt. Ja, wie gesagt Handschuhe sind ganz wichtig und dann kann man so viel ausprobieren mittlerweile bei den Ganzen, dass ich halt glaube, dass da ganz viel Spaß einfach für jeden dabei ist. Wie gesagt, nur immer aufpassen, es sollten die Kinder nicht, also ich bin nicht dafür, dass es Kinder machen, auch wenn es mittlerweile Sets sind, die für Kinder verkauft werden, was ich persönlich falsch finde. Dafür ist das Risiko einfach zu groß und ich würde es keinem Elternteil empfehlen, das Ganze mit Kindern zu machen. Maximal ab Teenager-Alter. Ja, also vielleicht mit 14, aber eher mit 16. Ist aber eine persönliche Meinung, kann jeder für sich selber entscheiden. Und ja. Und jetzt so zum Schluss bekommt ihr selbstverständlich noch das Ergebnis. Ich verabschiede mich Tatsache auch schon. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis genauso wie mir. Ich zeige euch also die Muscheln, die ich da gemacht habe und das ganze Ergebnis nochmal ein bisschen näher. und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder am Sonntag und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss! Tschüss! Musik Untertitelung des ZDF, 2020